Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Es gibt Leute, die hat zwar den höheren Schwierigkeitsgrad, aber es ist schön, wenn sich andere auch mal ein bisschen anstellen. Gut, so wie ich, das macht keiner sich so anstellen. Aber da bin ich weit voraus, so dusselig sich anzustellen. Das schaffe nur ich. Ja, meine Lieben, ich habe mir ein Nervenkäpfchen gekauft, weil Koffein beruhigt immer ungemein. Das beruhigt immer. Ja, da werden wir mal gucken, ob wir die Trulle endlich mal besiegen können. Ich habe ja nun eine Taktik, das habe ich letztes Mal ja schon wieder vergessen, weil ich ja ganz lange nicht gespielt habe. Nun muss erst mal die Leichen, wir werden erst mal die Leichen beseitigen. Die Leichen beseitigen. Da muss man vielleicht nicht so viel rennen, vielleicht schaffen wir das ja heute mal. Wie gesagt, das kann sich ja immer hinziehen bei mir. Ja, wir gehen mal kurz noch mal in die Optionen. Ich muss mal gucken, mit dem Bild, ob wir die Kiesel ganz weg machen können. Steuerung, achso L1, ne R1, Steuerung, Grafik. Hier die Bildkönung, dass wir das klar kriegen müssen. Mir gefällt das mit der Bildkönung. Machen wir zumindest. So, 10, weil ich finde das komisch. Man kann es auch ganz ausmachen. So, Kino-Format haben wir ja auch schon ausgemacht. So. Zurück. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Die Sprache wurde geändert? Wurde die Sprache geändert? Hm? Abbrechen? Wo haben wir die Sprache geändert? Hä? Keine Sprache geändert? Sound? Hörtlatsche? Ich brauche noch nicht da. Ein Effekt. Steuerung. Allgemein. Sprache. Hä? Wir haben die Sprache geändert. Ne, um Gottes Willen. Espanol, du. Deutsch. Deutsch. So. Das ist nicht gut, dass man immer noch mal guckt. So. Hätten wir es jetzt auf Spanisch tun? Ne, das wären wir jetzt Spanisch vorgekommen. Das kann ich dir sagen, du. Das wäre ja Spanisch. So, auswählen. Stürzen wir uns rein ins Verkniegen hier. Wollen wir einen Schluck nehmen? Mal gucken, wie lange wir brauchen. Hm. Ah, ja. Das wäre jetzt Spanisch vorgekommen, ja. So, aber wenn ich mich jetzt hier wieder locker fluffig, ne, dann tue ich mal so. Bin ich noch im Bilde? Ich muss das mit der Kamera, aber ich will nicht immer umräumen, will ich nicht immer. Eigentlich müsste ich von vorne. Da muss ich hier immer was hinstellen, weil das sieht nicht so schön aus, das Zimmer. Ich habe schon mal gedacht, ich drehe dich einfach rum, weil die Wand sieht ja auch nicht besser aus. So, wartet mal. Jetzt müsste ich mal die Finger wieder hinkriegen hier. Wir gehen erst mal ein Stück vor. Da. Oh, hier hat es schon einer zum Abrennen? Nee. Da nicht brauchen wir. Wir gehen erst mal hier lang. Und fackeln erst mal alles ab, was abzufackeln geht, ja. Wir probieren das einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie ich... Ich habe bloß noch vier Streichhölzer. Das ist auch praktisch, ist das jetzt. Mit vier Streichhölzern, das sehe ich schon wieder, komme ich doch wieder klar. So, haben wir noch eine Spritze, dass wir hier... Gut. Ein bisschen nicht leih, wenn die ihnen eh mal haut, umfallen. Mit vier Streichhölzern, das ist ja fantastisch. So, hier können wir auch noch die verbrennen. Machen wir. So, da kann die hier erst mal nicht raus. Hier können wir noch mal zerhauen, wie war das jetzt? Mit dem Truffhauen. Ach, Dreieck, Mensch, Liebste. Haben wir noch mal Streichhölzer. Was haben wir hier noch? Warum ist das noch? Fackel, noch eine Fackel, die haben wir da gerade. Geh eine Streichhölzer. Haben wir noch mal Muni. Ist voll. Oh, warte mal, Gewehr, wo hat es denn jetzt das Gewehr? Nee, das war der Bogen. Gewehr war das hier. Hören wir da, wie war das mit dem Nachladen? Ist voll. Oder? Ging das hier mit dem Nachladen? Nee, das heißt Nachladen. Da ist offensichtlich voll. Pistole. Auch voll. Weil die Schlöpfe links war der Nachladen, oder? Genau. So. Hm. Fackel. Nimm die Fackel mit. So, jetzt haben wir hier noch E-Streichhölzer. Ja, jetzt haben wir hier noch E-Streichhölzer. Hm. Aber unser Plan geht ja bestimmt wieder nie öff. Geht ja wieder nie. So, na gut. Da ist auch noch eine Fackel für den Notfall. So, wir waren mal, hier waren wir schon, oder? Hier war doch noch so ein Öfen. Jo. Geht man den jetzt reingeschoben? Ach, wir müssen ins Büggen. Ducken. Wer duckt dich doch, wir gehen. Hä? Ne, das ist Thielen. Das ist die Spicken. Hä, was macht man das denn? Hä? Wieso duckt denn der sich jetzt nicht? Wieso gehen wir ins Ducken? Junge. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach, hier wieder die falsche Taste. So, wenn wir den jetzt... Schieben wir den jetzt mit rein. Sehr schön. Da können wir nämlich hier hoch. Und haben wir schon mal ein Streichholz gespart. So, da sind die schon mal weg. Oh. 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 Wir dürfen so nicht in die Mitte gehen. Da bin ich schon mal gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen hier wieder oder nicht. Lässt dir was fallen? So, jetzt müssten wir ja eigentlich alles rum haben. Bis auf die Ehenen dort, wo die rauskommen, müssten wir jetzt eigentlich alle weg haben, oder? Jetzt nehmen wir mal die Pistole. Wo kommen die denn jetzt? Ah, haben wir wieder vorbei. Scheiße. So schön vorbereitet. Jetzt kommen die aus der anderen Richtung. Mensch, Rindvieh war immer wieder. Mann ist man blöd. Da hat man jetzt bloß noch eine Leiche gehabt. Das ist immer das, was mich nervt. Also nochmal, das Ganze, das gibt's doch gar nicht, Mensch. Oh, diese Steuerung ist aber auch. Ja, komm. Einsammeln können wir dann, ja. Dann machen wir das so schön vorbereiten, du, und dann lassen wir uns da wieder her. Ohhhhhhhhhh. Wieder ins Box von Jürgen. Um... Um... So, ich schimpf ihn, die ist dann weg. Hete. 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 Oh, leider, leider, leider. So, haben wir uns alle... Hier liegt noch einer. Hier liegt noch einer. So. Kam die doch Tatsache wieder auf uns zu. Ich weiß, so schnell kriegt man die jetzt auch nicht angebrannt. Das ist eben jetzt... Dann machen wir das Ganze dann noch mal. So, wo kommt sie? Drum drehen? Hier. Oh. Nun, wo ist denn die Pistole? Mensch! Hier. Nee, hier. Oh. Mensch! Oh, scheiße! Was machen die? Oh, das gibt's doch nicht, Mensch! Oh. Oh, Leute, das nervt wieder. Die Trolla nervt wirklich. Mensch, jetzt haben wir das so schön vorbereitet. Wir haben es diesmal hingekriegt. Es ist nicht zu fassen. Mensch, jetzt kinder. Oh, ja, wieder hin. Ah, da geht es rum. Duh. 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 Haben wir den jetzt richtig mit hier und haben wir den jetzt nicht richtig? Doch, haben wir. ARD Text im Auftrag von funk man sehen wie oft mir das jetzt noch treibt das spiel hier mensch was schicken wir sie auch in den ofen ich weiß es nicht keine ahnung ja 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 blut LeBaaah ja nie ehrlich das gibt's doch gar nie Menschen der diese Truller nerft eh Meine Güte Also, das ist doch jetzt nicht zu fassen Bin schon wieder ganz ruhig, bin ich schon wieder ganz ruhig Menschenskinder, das kann doch nicht so schwer sein Also ehrlich mal, ich versuche noch jetzt dann Ja, ja Da haben wir nun schon nicht viele Möglichkeiten Da haben wir ja nun schon das meiste wegräumt Aber nein, also ich, nicht ihr Wackel ist auch kacke Das ist 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 Das ist